Oh, ein Goblin, Schamane, Schamane. Mal gucken, kann er meine Pfeile ab? Oh ja, kann er ab. Der ist schnell oben, aber wenn der einmal abfeuert, dann habe ich ungefähr drei Viertel meiner Energie verloren. Und guck, da sind sie wieder. Ja, die sind wie so ein Snack irgendwie. Ich darf meinen Mund nicht zu voll nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020